Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, vielleicht kennen Sie das auch. Manchmal gibt es Geschäfte in den Städten, die kennt man schon von Kindesbeinen an. Dort war man zusammen mit seinen Eltern schon einkaufen und kauft auch heute als Erwachsener wieder dort ein. Doch diese Geschäfte werden leider immer weniger, denn viele wurden von Online-Händlern verdrängt. Wer dagegen immer noch höchst erfolgreich die Innenstadt prägt, ist das Textilhaus Stammel in Buchlohe. Und das immerhin schon seit mehr als 100 Jahren. Der außergewöhnlich gute Service ist wohl einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Traditionsunternehmens. Direkt am Bahnhof von Buchlohe sowie mit eigenen Kundenparkplätzen ausgestattet, liegt das Traditionsunternehmen Textilhaus Stammel. Seit mehr als 100 Jahren steht dieser Name für Mode und Bekleidung sowie hervorragenden Service. Die Auswahl hier ist groß. Sie reicht beispielsweise im Damenbereich von sportlich und bequem für jeden Tag bis hin zu festlich und elegant für die besonderen Anlässe. Noch entscheidender als das große Angebot ist allerdings das gute Auge der Mitarbeiter. Bei uns ist ganz, ganz wichtig, dass der Kunde hier beraten wird. Ich weiß, Mode gibt es überall, aber eine gute Beratung, einen guten Service. Wenn auch mal was nicht passt, kann man es ändern lassen bei uns, bei meinem eigenen Atelier. Und das wird bei uns hier sehr, sehr groß geschrieben. Der Mensch steht hier auch im Vordergrund. Und auch die Herren der Schöpfung finden bei Stammel für jeden Geschmack, jeden Anlass und auch jeden Geldbeutel die passende Kleidung. Hier kann man entweder alleine durch die Regale stöbern oder sich Outfits für bestimmte Anlässe zusammenstellen lassen. Auf die Mitarbeiter von Stammel kann man sich dabei verlassen. Viele von ihnen arbeiten seit Jahrzehnten in dem Familienunternehmen. Wir haben ganz, ganz langjährige Mitarbeiter, wir haben sogar welche, die über 50 Jahre bei uns im Unternehmen sind. Und das spricht ein bisschen auch für unsere familienorientiertes Unternehmen. Dementsprechend groß ist natürlich auch die Kinderabteilung, in der man für alle Altersklassen das Passende findet. Neben dem Service wird bei Stammel insbesondere die Qualität groß geschrieben. In allen Abteilungen setzt man deshalb auf große und bekannte Firmen, die sich hier schon einen Namen gemacht haben. Einen großen Raum nimmt auch die Homeabteilung ein. Hier gibt es eine große Auswahl an Heimtextilien, die, typisch für den Service bei Stammel, auch noch individuell angepasst werden können. Was wir auch machen, unsere Frottierware besticken, zu Hochzeiten oder Kommunionen, Konfirmationen, einfach zu einem bestimmten Anlass. Das ist unser Service, was wir auch mitmachen. Und unter anderem gibt es dann auch von Job noch Bettwäsche, Handtücher, Kissen, Vorhänge. Da haben wir also auch eine sehr große Auswahl von Jobartikeln. Die Homeabteilung bietet auch ansonsten alles, was man für ein schönes und behagliches Heim braucht. Dazu gehören jetzt auch Markisen und Sonnenschutz in Übergrößen. Neu hinzugekommen sind Insektenschutzgitter inklusive Mess- und Einbauservice. Ich komme zu Ihnen, messe es vor Ort aus, weil beim Insektenschutz ist es sehr kompliziert. Hier brauche ich spezielle Maße, die der Kunde mir nicht so konkret geben kann. Und dadurch komme ich zum Kunden und messe es vor Ort aus und zeige ihm, was ich dann montieren kann. Diese Kundenorientierung und der damit verbundene Service sind es, die das Textilhaus Stammel seit so vielen Jahren so erfolgreich sein lässt. Das gilt für alle Abteilungen, egal ob es sich um Stoffe und ihr Zuschnitt, Damen- oder Herrenmode oder auch Wäsche handelt. Ein Konzept, mit dem auch zwei weitere Häuser der Textilfirma erfolgreich sind. Dazu und zu unserem Unternehmen gehört noch Mindelheimer Standort in der schönen Altstadt. Da haben wir auch Damen-, Herren- und Kinderbekleidung anzubieten. Und dann gehört uns noch der Standort in Schwapp München, das Modehaus Schöffel, gehört zu unserem Unternehmen. Und da ist eine Besonderheit, dass wir dort einen Schöffel-Lover-Shop haben. Doch egal in welchem Haus von Stammel man einkauft, sie alle haben eines gemeinsam. In allen gibt es den besonderen, sehr zuvorkommenden und individuellen Service, der die Basis zum Erfolg für die mehr als 100-jährige Firmengeschichte des Familienunternehmens ist. Ebenfalls um ein Unternehmen mit langer Tradition geht es in unserem nächsten Beitrag. Im Jahre 1855 wurde das Unternehmen Stelin gegründet. Und seither ist das Unternehmen, genauso wie sein Angebot, kontinuierlich gewachsen. Gewachsen ist aber auch das Team bei Stelin. Und was jetzt zum Beispiel eine Innenarchitektin bei einem Schreibwaren- und Bürospezialisten macht, das sehen Sie jetzt. Dass man in der neu renovierten Bürowelt von Stelin in der Kemptener Innenstadt alles bekommt, was man im Büroalltag so braucht, dürften viele Allgäuer bereits wissen. Neu könnte für manche sein, dass es neben Kalendern und Ordnern auch ein stetig wachsendes Angebot für Ökoprodukte und Arbeitssicherheit gibt. Die größte Erweiterung bei Stelin in letzter Zeit hat es aber in der Einrichtungskultur gegeben. Dort arbeitet jetzt ein interdisziplinäres Team aus Schreiner, Arbeitsplatzexperten und Innenarchitektinnen daran, neben besonderen Wohnkonzepten zum Wohlfühlen, Firmen auch komplette Bürokonzepte auf den Leib zu schneidern. Das garantiert effiziente und zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine hohe Arbeitssicherheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Der Kunde hat einen Ansprechpartner, er gibt quasi die komplette Aufgabe ab. Wir liefern quasi eine schlüsselfertige Lösung. Er kommt in sein Büro und alles ist fix fertig. Es geht vom Boden los. Dazwischen mit Schreibtisch und Bürostuhl natürlich geht es weiter. Und wir kümmern uns auch um die Themen wie Licht und Akustik. Wir haben verschiedene Hereingehensweisen an Problemstellungen oder Anforderungen des Kunden. Wir können so verschiedene Lösungen anbieten und gehen immer individuell auf den Kunden ein und können so unseren Kunden optimal und vor allem rundum betreuen. Gleich groß geblieben ist hingegen die Pappeterie. Egal ob Stifte, Künstlerbedarf oder Schulranzen. Kaum etwas, das es hier nicht gibt. Und übrigens, für seine Kunden bietet Stelin sowohl ein eigenes angeschlossenes Parkhaus, sowie einen barrierefreien Zugang an. Für viele ist ein schöner, saftiger Burger oder ein gutes Stück Fleisch genau das Richtige, wenn sie mal nicht selbst kochen wollen, sondern in ein Restaurant gehen. Dann sind sie bei Bärs, Steaks und Burger in Bad Hindelang genau an der richtigen Adresse. Denn ein wichtiger Teil des Erfolgsrezepts hier ist die Herkunft der Zutaten. Frisch, regional und saisonal. Hier stammen die Zutaten zum allergrößten Teil aus Bad Hindelang. Mitten im Ortskern von Bad Hindelang liegt das Bärs Steaks und Burger. Ein Restaurant, in dem es in familiärer Atmosphäre hochwertige, ehrliche und trotzdem raffinierte Gerichte gibt. Verantwortlich dafür ist Roman Bär. Er ist Inhaber und gleichzeitig auch Koch. Sein Credo, die Zutaten sollten frisch und saisonal sein. Und sie werden auch immer selbst zubereitet. Fertigprodukte kommen hier nicht auf den Tisch. Lieber geht ihm vielleicht auch mal was aus. Der Qualitätsgedanke, der hinter dieser Philosophie steckt, ist es auch, der das Bärs Steaks und Burger so erfolgreich macht. 80 bis 85 Prozent sind regionale Produkte aus Bad Oberdorf. Sei es die Hackfleischmessung für die Burger oder die Fleischteile, die im Reifeschrank fünf Wochen am Knochen reifen. Die bekommen wir zum Beispiel alles vom Ort. Und da sind natürlich bestrebt, ziemlich viele Produkte oder alle Produkte, was man hier beziehen kann, eben hier zu kaufen. Und noch etwas macht das Bärs Steaks und Burger so besonders. Neben den Angeboten dreier kleiner Allgäuer Brauereien gibt es hier auch immer ein besonderes Bier des Monats. Das Essen ist inzwischen fertig und kann serviert werden. Hier erwartet den Gast eine weitere Besonderheit. Das Fleisch darf er selbst würzen, ganz so, wie er es am liebsten mag. Und wer vegetarisches Essen bevorzugt, auch hier gibt es im Bärs Steaks und Burger wechselnde saisonale und regionale Gerichte. Um ein weiteres Paradebeispiel eines familiengeführten Traditionsunternehmens soll es in unserem nächsten Beitrag gehen. Und zwar um das Autohaus Schöllhorn in Krugzell. Dessen Firmengeschichte reicht inzwischen schon mehr als 120 Jahre zurück. Mit jahrelangem Fachwissen, viel Erfahrung und als Suzuki-Händler der ersten Stunde hat man sich hier einen Namen gemacht. Ein Familienunternehmen mit ganz familiärer Atmosphäre. Lang ist sie, die Erfolgsgeschichte des Autohaus Schöllhorn in Krugzell. Seit mehr als 120 Jahren gibt es bereits das Familienunternehmen. Und seit 1980 verkauft, wartet und repariert man hier Autos von Suzuki. Punkten kann Schöllhorn dabei, vor allem auch mit der Qualität seiner Werkstatt. Erfahrung und Sorgfalt waren und sind hier ein wichtiger Teil des Erfolges. Zusammen mit einem fairen Umgang sorgen sie so für ein vertrauensvolles Miteinander von Kunde und Händler. Das Vertrauen baut sich im Laufe der Jahrzehnte auf durch kontinuierliches, ehrliches Zusammenarbeiten, gewisses technisches Know-how, das einfach dazugehört. Wir haben als Suzuki-Exklusivhändler natürlich die letzten 35 Jahre nur mit Suzuki zu tun. Wir haben keine zweite, dritte oder gar vierte Marke im Haus und dementsprechend wird das technische Wissen nicht verwässert. Und noch etwas macht das Autohaus Schöllhorn zu etwas Besonderem. Es ist die im wahrsten Sinne des Wortes familiäre Atmosphäre. Während die Kinder spielen oder malen, können sich die Eltern in Ruhe über die Neuheiten auf dem Automarkt informieren. Als exklusiver Suzuki-Händler sind praktisch alle in Deutschland verfügbaren Modelle des japanischen Herstellers in zahlreichen Ausführungen ständig vorrätig. Auch hier steht Vertrauen und Fairness über allem. Denn als langjähriger Familienbetrieb setzt man bei Schöllhorn auf den langfristigen Erfolg. Hier möchte man die Kundenbindung eben auch auf die nächsten Generationen vererben. Die MyClick-Karte begleitet uns ja nun schon seit einiger Zeit. Und viele von Ihnen kennen Sie sicherlich bereits. Wer Sie bei teilnehmenden Händlern vorzeigt, der kommt in den Genuss vieler Vorteile. Als Inhaber dieser Karte nehmen Sie zum Beispiel auch automatisch an kostenlosen Gewinnspielen teil. Und das Beste, Sie unterstützen den Einzelhandel im Allgäu und der Bodenseeregion. Wenn Sie in einem Laden oder bei einem Händler ein Zeichen wie dieses sehen, dann lohnt es sich, nach der MyClick-Karte zu greifen. Denn dort erhalten Sie damit handfeste Vorteile. Das Ganze reicht beispielsweise von einer Gratis-Fahrstunde in der Fahrschule, über Freigetränke in Gastronomiebetrieben, bis hin zu Vergünstigungen beim Modeeinkauf. Die MyClick-Karte funktioniert ganz einfach. Das heißt, beim Einkaufen zeige ich die Karte vor und bekomme eben diesen Vorteil, den der jeweilige Partner anbietet. Zusätzlich zu MyClick-Karte-Vorteilen beim Einkaufen gibt es natürlich noch ein paar andere Gimmicks, die wir uns ausgedacht haben. Das heißt, der Inhaber der Karte nimmt automatisch an kostenlosen Gewinnspielen teil. Wir verlosen Konzertkarten, wir verlosen Gutscheine und noch vieles, vieles mehr. Das Beste an der Karte ist, sie ist komplett gratis. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie genau welchen Vorteil genießen können. Neu hinzugekommen ist eine App für Smartphone. Mit einer Fingerbewegung kann man hier nach teilnehmenden Unternehmen suchen und deren Vorteil in Anspruch nehmen. Genau wie mit der Karte. Und mithilfe der Navigationsfunktion findet man auch ganz einfach hin. Ziel der MyClick-Karte ist es, den Einzelhandel im Allgäu und der Bodenseeregion zu fördern und gleichzeitig damit die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von das neue RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ihnen wieder herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schalten Sie doch auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Tschüss und bis dahin, ich freue mich auf Sie. Tschüss und bis zum nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Tschüss und bis zum nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tipps und Trends hier bei Allgäu TV.